Da bin ich das nächste Mal mutiger. Lisa Brodinger. Ich bin jetzt 18. In meinem Maturajahr und ab heute habe ich so nahm noch 10 Schultage vor mir. Dann werde ich meine letzten Worte auf Papier schreiben, meine letzten Worte sprechen und 13 Jahre Schule werden mit einem Schlag beendet sein. Über 70% meines Lebens tat ich nichts anderes als zur Schule gehen und ich bin einer der komischen Menschen, der gerne in die Schule geht. Ich mag meine Schule. Ich mag die Leute, die meisten Lehrer und vor allem liebe ich die Erinnerungen, die ich in den letzten Jahren machen durfte. Doch die Zeit vergeht und bald fängt der Ernst des Lebens an und das macht Angst. Deswegen wollte ich meine letzten Sommerferien so verbringen, wie ich es wollte und ich wollte das Leben spüren. Die Angst vor der Zukunft noch einmal kurz vergessen, bevor der Ernst des Lebens kommt und mir die Hölle heiß macht. Eine meiner besten Freundinnen, Sarah und ich, kauften uns ein Interrail-Ticket und fingen an, unsere Reise zu planen. Unser Planen bestand daraus, auf meiner Couch zu sitzen, eine Flasche Rotwein zu trinken und einfach alle Städte aufzuschreiben, die wir gerne sehen möchten. Das Schuljahr nahm seinen Lauf und meine Freundin maturierte und fing an, ihre Freiheit zu genießen. Während sie von einem Festival zum anderen fuhr, verbrachte ich den ersten Teil meiner Sommerferien mit Arbeit, um mir die bevorstehende Reise finanzieren zu können. Donnerstag, der 13. August. Mein letzter Arbeitstag ging zu Ende und während ich mich auf dem Heimweg befand, war Sarah auf dem Weg nach Deutschland, um ihr letztes Festival in vollen Zügen zu genießen. Sonntag, der 16. August. Die Wäsche war gewaschen, Eltern und Geschwister waren geküsst und umarmt und ich war bereit, Montagmorgen loszufahren. Das einzige Problem war, ich hatte seit Tagen nichts von Sarah gehört und natürlich hatten wir weder eine Zeit noch einen Ort ausgemacht, wann und wo wir uns in Salzburg treffen würden. Es wurde Montag, der 17. August und um 1 Uhr früh bekam ich nach gefühlten 50 Anrufen und 100 SMS, eine Nachricht von Sarah, die lautete, Herr Lies, bin jetzt wieder in Österreich, treffen wir uns einfach um Öwe beim Hauptbahnhof. Freu mich schon. SMS Ende. Unser erstes Ziel war Paris, die Stadt der Liebe, doch hilft einem die ganze Liebe nichts, wenn man kein Wort Französisch spricht. Unsere Sprachkenntnisse reichten von Bonjour, je m'appelle Issa bis zu Voulez-vous coucher avec moi, c'est vrai? Was nicht optimal ist, wenn man sich verlaufen hat und am liebsten zurück ins Hostel möchte. Als nächstes stand London auf unserer Liste. Wussten Sie, dass man heutzutage für so ziemlich alles eine Kreditkarte braucht, selbst um ein Hostelzimmer zu buchen? Wir nicht. So standen wir in London an einer U-Bahn-Station um 10 Uhr nachts an einem Freitagabend ohne Kreditkarte und ohne einen Schlafplatz. Von London aus ging es weiter nach Dublin. Dort wollten wir eigentlich vier Nächte verbringen, doch für das Wochenende war die komplette Stadt ausgebucht. Auf unserer Interrail-Karte war im Norden eine Stadt namens Berliner eingezeichnet. Als wir schon im Zug dorthin saßen, kamen wir ins Gespräch mit einer Einheimischen, die uns erklärte, dass Berliner nicht wie von uns geglaubt eine Stadt war, sondern ein kleines Kaff, in dem sich kein Hostel befindet und wahrscheinlich auch keine andere Schlafmöglichkeit in unserer Preisklasse. Unser nächstes Ziel war Amsterdam und wir waren schon 48 Stunden durchgehend unterwegs, als wir in Brüssel unseren Anschlusszug verpassten. Natürlich war es der letzte Zug und um 2 Uhr früh spörte der Bahnhof zu und wir wurden vor die Tür gesetzt. Raten Sie, was die gefährlichste Stadt Europas ist. Brüssel. Als wir lebend in Amsterdam ankamen, hielten wir es für einen angemessenen Zeitpunkt, das Nachtleben zu erkunden, natürlich rein der Bildung wegen. Am nächsten Morgen bemerkten wir, dass Sarahs Geldtasche weg war, in der sich nicht nur unsere beiden Bankomatkarten befanden, sondern auch unser komplettes Bargeld. Nach insgesamt einem Monat auf Reisen kamen wir heim und das komplett fertig. Unseren ständigen Begleiter das Regenwetter hatten wir endlich abgehängt. Doch wenn ich zurückdenke an diese oft so furchteinflößende Reise, dann sind es nicht diese Momente, die mir zuerst in den Sinn kommen. Zuerst erinnere ich mich an den Taxifahrer, der uns nach stundenlangem Herumirren in Paris zu unserem Hostel fuhr und das ohne dafür Geld zu verlangen, weil wir ihm leid taten und er meinte, dass man junge Menschen, die reisen, dabei unterstützen müsse. Ich erinnere mich an den Rezeptionisten in London, der uns seine eigene Kreditkarte lieh, damit wir ein Zimmer buchen konnten und nicht länger um einen Schlafplatz zittern mussten. Ich erinnere mich an die Dame, wegen der wir nicht in Berliner ausstiegen, sondern erst in Westport, wo sich ein Hostel befand und wir eine der schönsten Nächte verbrachten in einem alten irischen Pub mit Livemusik und uns bis in die Morgenstunden mit Einheimischen unterhielten. Ich erinnere mich an den Moment in Amsterdam, in dem Sarah ihre Geldtasche fand und alle Ängste, heimzufahren, sich in Rauch auflösten und ich erinnere mich an uns, als wir uns am Boden in den Armen lagen und nicht wussten, ob wir weinen oder lachen sollen und sich mein Herz auf einmal so leicht anfühlte, wie noch nie zuvor. Ich erinnere mich an den Moment, in dem wir beschlossen, unsere Reise einfach zu verlängern und nach Italien zu fahren, um endlich etwas Sonne auf unserer Haut zu spüren. Und ich erinnere mich an unseren letzten Abend in Rimini, an dem wir unsere Füße in den warmen Sand steckten, eine Flasche Rotwein tranken und bemerkten, dass wir unsere Reise so beendet hatten, wie wir sie begonnen haben, nur um so viel reicher. Robert Harris sagte, to be brave by definition, one has first to be afraid. Deshalb möchte ich mutiger werden, meinen Ängsten ins Auge zu sehen und mich ihnen zu stellen. Denn am Ende sind es diese Momente, in denen du dein Herz schlagen hörst und bei denen dir ein kalter Schauer über den Rücken läuft. Es sind die Momente, in denen du spürst, wie dein Blut durch deine Venen pumpt und die dir die Luft zum Atmen nehmen. Es sind die Erinnerungen, bei denen du Gänsehaut bekommst und von denen du nicht sprechen kannst, ohne dabei zu grinsen. Es sind die Erlebnisse, die dich zu dem machen, was du bist und die Geschichten, die du deinen Enkelkindern erzählen möchtest, wenn du alt bist. Es gibt keine Stärke ohne Schwäche, kein Licht ohne Finsternis, keine Liebe ohne Verlust und keinen Mut ohne Angst. Danke. Applaus Applaus